Musik Habe gedacht ich böcke die Punchline Bumpkan aus Konters Strike Weil diese Runde einen Leader brauch Konters Strike Lat Endigeal kleiner Junge Lauf Konters Strike AWP und sie geben auch Konters Strike Herzlich Willkommen zurrüüüüüückk Zu einer Runde Mutterficken Was Was? So, f***t euch Kommt gleich noch einer Oh, ist das dein Ernst, Alter? Ist das ein mieser Bastard, Alter Der Phönix Meine Freunde, der Phönix Meine Freunde, der Phönix Ehm... Was? 88 Hits Soll ich? Ja Ich verk 2001 Oh, ist das schwieriger Und jetzt lass mich reageren Der Erde hab ich mir gesagt Die S babae Das ist mähig Sie sind naprawdę Das bin unrealistisch Möchten wir mal bitte wissen, wieso ist es im Winter warm? Nicht mal ein Hit Ich hab viel zu hoch gezielt Ups Ups Alter Ja ich weiß nicht wer das war, der ist das hier Ja ich weiß nicht wer das war Ja ich weiß nicht wer das war Was? Ich hab zu lange auf Dauer Feuer Alter die sind so sorry Boah meine Hände werden so richtig warm schwitzig Da die Sonne genau auf meine Hände scheinen Na klar ne Fuck off Fuck 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 off Junge Miese bitch Boah Boah Wow, 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 ruhig Brauna, ganz ruhig. You got him. Ui, da ist er vor mir umgefallen. Ui, da kam er an. Alles knächen. Naja, könnte besser laufen. Aber ich spiel mich ja gerade erst ein, also... Das ist gerade mal die zweite Runde seit zwei Wochen. Schade, wäre schon geil mit Pistole, hätte ich ihn gekriegt. Ja, und der snackt sich me... Der snackt sich ab, ey, der snackt sich mega ab. Tja, dumm gelaufen. Tja, dumm gelaufen. Ja, die Sonne geht aus. Deine Mutter ist eine miese kleine Hure. Miese kleine Hure, 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 Hure. Ja, war klar, ein Hit, ne? Aber, ganz ehrlich, das zieht doch schon... Uh, one click. Ne, two clicks, schade. Das ist Chaos Punisher. Chaos Punisher. Äh... Chaos Punisher. Äh... Chaos Punisher. Schade. Ja, genau. Ich hab ne Kiste bekommen. Ui! Ich bin nicht letzter! Ich bin nicht letzter! Yeah! Und bessere Karriere als gerade eben. Äh... Ich würde sagen, wir sehen uns bei der nächsten Folge. Hau da rein! Ciao! 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 Ciao!